Musik Ich bin Timo, bin Leueral, Fußball. Na, weil am liebsten ist die Mannschaft meiner Bayern, weil sie sind, die machen immer ganz viele Tore, Dokémis ist der allerbeste, der ist so gut, der Lämmerdurch geht noch guter als Dokémis. Tschüss! Ich bin Luis und ich bin fünf Jahre alt und ich liebe die Radio, habe ich gehört, morgen wäre es richtig, morgen wäre es richtig Regen rein und dann wäre es wieder die Sonne. Tschüssi Luis! Tschüssi! Ich bin Greta, bin vier Jahre alt und ich gucke gern Taschi. Tashi. Tashi sind zwei Jungen, die wissen immer, wie alles geht und wie man die rettet. Tschüss! Ich bin der Ben, bin fünf Jahre alt und gucke gern Star Wars. Ja, weil die Weißen so schön sind. Tschüssi! Ich bin Jasmin und bin fünf Jahre alt und ich gucke gerne Anna und Elsa. Beide älter, kann Eis zaubern. Tschüssi! Wie heißt du? Fatima. Wie alt bist du Fatima? Sechs! Sechs Jahre? Und was schaust du gerne Fernseher? Ich lerne. Tschüssi! 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 Ich bin Philipp, bin fünf Jahre alt und ich gucke gern Playbook. Die fangen da wilde Tiere ein. Zum Beispiel Aligator oder ein Puma. Ich bin Philipp, bin fünf Jahre alt und ich gucke gern Playbook. und gucke gerne Bugs Bunny, weil der so ganz viele Kurze hat. Tschüssi! Tschüssi! Ich bin Julian, bin sechs Jahre alt und gucke am liebsten Parbic Wall, weil die immer Fälle, wenn was kaputt ist oder was eingeschneit ist, immer das helfen. Tschüssi! Ich bin Lucy, bin fünf Jahre alt und meine Lieblingssendung ist Minja, weil die kämpfen können und die müssen erst noch gewinnen. Und gegen wen kämpfen wir? Gegen die Schlangen-Samurai. Oh, dann geht's. Es geht besser. Tschüssi! Musik Musik Das ist der Jeremy. Musik Das ist der Rudolf. Musik Das ist der Louis. Musik Das ist der Fülle. Musik Das ist der Fülle. Das ist der Nächste. Musik Das ist der Fülle. Musik Wohnen Vermitt crassiert, Musik Musik Das ist der Reserve. Musik Das ist das Rügel. Musik Das ist der 199 Jahre alt und geschm二 Jahre alt. Heinz Ich bin Abdul Halim, habe meinen Lieblingsplatz, den Markt, den kleinen Baum. Ich bin, dass viele Kinder, dass ich bin, ich bin, ich habe, ich kletter und Baum, das ist Sonne, ich kletter und Baum. Baum ist mein Lieblingsplatz. Tschüss. Ich bin die Greta. Mein Lieblingsplatz ist draußen der Kletterbaum und das Nest. Besonders ist daran, dass ich gern da genau hinschauen möchte, was der Julian da macht und ich sammle das Futter für die Drachen. Also das bin ich, das sind meine zwei Freundinnen Lila und Lucy. Das ist der große Kletterbaum, eine Wiese und das Drachennest und die Sonne. Tschüss. Ich bin der Huda. Und mein Lieblingsplatz ist mein Schauken. Ich schauken kann. Kein Hust liegen. Tschüss. Ich bin die Yasmin. Mein Lieblingsplatz ist ein Klettergeräusch. Ich kletter da hoch und bleib da oben stehen und gucke der Lucy an, wie sie auf der anderen Seite klettert. Tschüss. Ich bin der Julian und mein Lieblingsplatz ist der Kletterbaum und das Drachennest. Und ich habe da auch noch mich dazu gemalt, eine Sonne und ein Vogelhaus. Wir bauen für die Drachen ein Nest mit den Riesenästen. Tschüss. Ich bin der Ben und mein Lieblingsplatz ist der Kletterbaum. Ein Kletterbaum und habe ich noch ein bisschen Wind gemalt und mich noch. Wir halten uns fest und klettern mit unseren Füßen uns auf den Kletterbaum und ziehen uns hoch und halten uns fest. Tschüss. Hallo, ich bin Lucy. Mein Lieblingsplatz ist im Drachenbau. Und ich wollte hier noch einen Nebenbau machen, dass alle Platz haben. Wir suchen da Äste, um das noch zu vergrößern. Und dann suchen wir noch Gras und noch alles, damit wir das noch ganz groß machen können. Auch da können die Vögel rein und wir müssen ganz viel, viele Äste sammeln. Dass das noch regenschutzsicher ist und blitzsicher. Und das Braune sind die Stöcke. Tschüssi. Ich bin Timo und mein Lieblingsplatz ist. Der Eis, der Wald, mein Haus, das Wasser. Das ist unser Versteck, wo wir uns vor die Mädchenbeschützung kämpfen. Tschüssi. Hallo, ich bin Philipp und mein Lieblingsplatz ist beim Kletterbaum draußen. Ich auch. Weil man da so hoch klettern kann. Auf Baumstämme stellen, uns einrasten und dann ziehen wir uns hoch. Und hinten sind so zwei, also ein Ast und dann noch ein anderer Ast. Und dann kann man da den Fuß wegnehmen von dem einen Ast und runterspringen. Und ich kletze runter. Tschüss. Ich bin Timo und mein Lieblingsplatz im Garten ist. Das ist mein Versteck. Da lage ich bald die Stöcke. Hinter dem Haus. Ich habe das aber mal bunt gemalt. Ich bin hier Alex ist. Ich bin vier Jahre alt. Und an der Schaukel. Da ist mein Lieblingsplatz. Und da ist die Schaukel ganz weit hoch schaukeln kann. Tschüss. Hallo, ich bin Louis. Mein Lieblingsplatz ist das Haus. Und da lieb ich gerne. Da kann man Kauseln tun. So. Warn. Und so kann ich fast backen. Backen. Tschüss. Abrakadraba. Drei Mal schwarzer Karte. Halt, halt. Geroarat. Heizek. 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 Abrrakadraba. Ich verwende dich in einen Vogel. Heizek. Ich bin ein Fokuss, Fokuss, Fisibus, ich verwandle dich in ein Miki-Law. Fokuss, Fokuss, Fisibus, ich verwandle dich in ein Miki-Law. Ok. ApraKatapra, ich verwandle uns in ein Schwert. Hex, Hex! Ja es hat geklappt. Zauber uns zurück. Hex, Hex! Juhu, Juhu, wir wollen ein Schwert. Juhu, Juhu! Ich kann die Jünger Heinze ich quarleiteren wie her. Ich bin ein Prinzesschense. Kom-Kon-Kamera Ich bin ein Prinzesschen. Ack alright, er hat etwas mehr. Heimalschwarzer Schienwurz ein Vogel. Hex, Hex! Hurra! Ich bin ein Vogel! Hex, Hex! Hex, Hex, Hex! Die sind eigentlich immer Hex, Hex! Was sind denn meine Tintenfischkinder? Alle sind weg und zaubert. Keine mehr Dörr. Ich glaub nicht. Ich bin ein Vogel. Ah, ja, kein Dörr. Heimer, Schwarz und Kader. Hex, Hex! Ich bin ein Vogel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017